Feinabstimmung Wow, vorsichtig. Das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Das würde sofort das Fleisch von Ihren Knochen sängen. Großartig. Moment. Oh ja. Hallo. Wie komme ich jetzt? Nein. Ich habe ja nur ein Rad gefunden. Jöjöjö. Steh ab. Ah, nein. Nein. So. Hey Munro. Was auch immer Sie getan haben. Es hat funktioniert. Das Gas strömt nicht mehr aus. Wow. Oh. Quatsch. Humbug. Humbug. Ich rede nicht nur Löwen Latein. Hallo. Plasma Röhren. Wir müssen in der Nähe der Fokuskammer sein. Ich rede nicht nur Löwen Latein. Verdammt, ich habe heute für König der Löwen geguckt bei YouTube. Hinter Ihnen. Da ist noch einer. Da war einer. Hä? Hallo. Neun. 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 Ah, Fräser. Sie sind in der Plasma Fokuskammer. Erkennen Sie das Problem. Ich sehe es. Er ist völlig falsch ausgerichtet. Wie kriegen wir das wieder hin? Ich glaube es gibt ein paar Computerkonsolen auf der anderen Seite. So, wie kommt man da jetzt hin? Muss man da jetzt drunter durch? Ich weiß ja gerade gar nicht. Kann man da so einfach drunter durch? Ne, das wäre weniger. Ne. 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 Nein. Das war es definitiv nicht. Ne. Äh. Lan. Quicksafe. Äh. Ja. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Wollte ich was sagen, so ein billiger Trick kann das aber nicht sein. Was? Hm. Das ist ein Quickload, nein, wir mal nachgucken. Schnellladen. Nee, das passt nicht. Nein. Wie komme ich denn da rüber? Komisch von hier, ist überhaupt da hin. Die gravitische Panzerung in dieser Ebene darf nicht vollgeladen sein. Nein. 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 vollen Säcke, ihr vollen Stücke hier Die Tür ist verschlossen, Sir Tuvok sagte, dass er alle Sicherheitsschlösser deaktiviert hat So schade, dass Cher nicht hier ist Jetzt er Da sind einige Mikrofissuren in der Türstruktur Ich glaube, ich kann sie wegpusten In Deckung Gute Arbeit, Austin Ich hätte nicht viel von einem Sprengspezialisten, wenn ich nicht mal eine Tür wegpusten könnte Wie ihr alle in Deckung gegangen seid Bin ja gerade zu begeistert Passen Sie auf Ich habe keine Angelegenheiten, die Tür verhindert Ich schabte sie weg Ich habe keine Angelegenheiten, die Tür ist Ich habe keine Angelegenheiten, die Tür spüren Ihr wart aber gerade noch nicht da. Darf ich das ausrichten? Der Pisma-Strom ist wieder ausgerichtet. Gut gemacht.